Es hat eine Frau angerufen, die fünf Rinder gesehen hat. Sie wüsste auch, dass die schon länger unterwegs sind, ob wir da nicht irgendwas machen können. Und ja, so ging es dann los. Da sind wir ganz deutlich blauen Spuren. Es war Winter, die Tiere waren panisch und verstört. Und am liebsten hätten wir einfach die Aktion abgebrochen. Mit dem Tag, wo Rinder draußen sind, wären sie auch noch stark. Wir haben dort eine Fangenanlage aufgebaut. Ich hätte es geschafft, die Tür quasi auszuhebeln. Aufgeben war bei ihr keine Option.